Oh oh, offensichtlich wurde Rihannas Instagram-Account gelöscht. Ja, anstelle von heißen Bikini-Bildern und leichter Nacktheit willkommen die Fans, die die Seite besuchen, das hier zu sehen. Seite nicht gefunden. Aber wer Rihanna den Stecker gezogen hat, wurde noch nicht gesagt. Allerdings ist es erst ein paar Tage her, seit Instagram der Sängerin mitteilte, dass sie mit ein paar expliziten Bildern gegen die Regeln verstoßen hat. Vielleicht hatte Instagram genug und hat den Account gelöscht. Möglicherweise hatte Rihanna auch die ganzen Regeln satt und hat es selbst gemacht. Wie auch immer, die Seite ist zumindest weg und wir wissen nicht, ob sie wiederkommen wird. Und die Fans fangen bereits an, sich zu beschweren mit Hashtag Instagram bring Rihanna zurück. Wir wissen nur nicht, ob das ausreichen wird.